Musik Der Gang aufs Protest bei der Pressekonferenz. Hanno Balic ist mal richtig gut gelaunt. Auf dem Waldhof fing nämlich alles an, auf dem Waldhof hört aber auch alles mit seinem Abschiedsspiel im Kalbenz-Stadion wieder auf. Ich freue mich, vor allem viele, viele Freunde hier begrüßen zu dürfen und dann im Stadion nochmal zu spielen. Das letzte Spiel war ja hier auch vor toller Kulisse gewesen, leider nicht ganz so erfolgreich und ganz klar Riesenvorfreude. In der Saison 2000-2001 am 22. April beim 4-2-Sieg gegen den VfL Borum läuft Hanno Balic zum ersten Mal für die Profis des SVB auf. Und schon damals haben wir über ihn berichtet. Alles dreht sich um ihn. Hanno Balic, geboren am 2. Januar 1981 in Darmstadt, 1,81 Meter groß und vom Intelligenzquotienten her deutlich über dem branchenüblichen Schnitt. Nicht branchenüblich auch sein weiterer Werdegang. Schon sehr früh ist klar, ein Hanno Balic gibt sich mit der Zweitklassigkeit nicht zufrieden. Das große Ziel, erste Fußball-Bundesliga. Deshalb wechselt der damals 20-Jährige nach dem verpassten Aufstieg im Jahr 2001 zum 1. FC Köln. Nach weiteren Stationen in Leverkusen, Mainz, Hannover, Nürnberg und Frankfurt und mehr als 450 Pflichtspiele später kehrt Balic zur Saison 2015 auf den Waldhof zurück. Es soll sich einen Kreis schließen und nach der für mich sensationellen Saison und der Leistung, die er nicht nur auf den Platz für den Verein gebracht hat im letzten Jahr, wäre das für mich unbefriedigend gewesen, wenn der so sang- und klanglos quasi die Bühne verlässt. Ich glaube, dass es keine Selbstverständlichkeit ist und man muss ja auch mal ehrlich sagen, ich habe jetzt hier ein Jahr gespielt, davor anderthalb Jahre im Seniorenbereich, noch ein Jahr im Jugendbereich. Also es waren ja auch nur, in Anführungszeichen, dann dreieinhalb Jahre, die ich für Waldhof gespielt habe. Aber trotzdem empfinde ich das dann schon als Wertschätzung, auch gerade was das letzte Jahr betrifft. Ich denke, Klaus Geschwil und Co. haben da auch gesehen, wie ich mich versucht habe einzubringen und ein bisschen was mit anzustoßen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das Spiel hier machen darf und dass da mir dann wieder was zurückgegeben wird. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Ein letztes Mal Mannheimer Fußball-Luft im Kalbenz-Stadion schnuppern am 9. Juni ist es soweit. Balic ist momentan dabei, sein All-Star-Team zusammenzustellen. Zusagen von Fußballgrößen wie Michael Tarnert und Simon Rolfes gibt es schon. Und Balic verspricht bis zum Anstoß, eine konkurrenzfähige Truppe auf den Rasen zu bringen, trotz fortgeschrittenen Alters. Der SV Waldhof Mannheim bei RNF. Mit freundlicher Unterstützung von Eichbaum. Als Hanno und Friends aufs Gelände gerollt sind, ist die Promi-Dichte so hoch wie selten und die Stars sind locker drauf. Simon Rolfes lässt sich gleich zu Fototerminen einspannen, René Adler zu Schreibarbeiten und Weltmeister per Mertesacker. Der geht sogar in die Knie, um sich mit den Fans ablichten zu lassen. Hanno Balic ist mittlerweile TV-Experte und Assistent von Bela Retti. Man muss auch Glück haben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber ich glaube, er hat schon eine Top-Karriere gemacht. Es war sehr, sehr bitter für mich. Als er in Köln Trainer war, wollte ich ihn holen. Und das dann, glaube ich, 200.000 Euro gescheiter, die Mainz mehr bezahlt hat. Von daher hätte ich ihn gerne nochmals gehabt. Aber insgesamt, muss ich sagen, hat er natürlich 300 Spiele oder mehr gemacht in der 1. Liga. Das ist top. Hanno war immer auch ein mündiger Spieler, ein Spieler, der eine Meinung hat, der damit auch nicht hinterm Berg gehalten hat. Ein Spieler, den man als Trainer gern hat? Absolut. Spieler Persönlichkeit. Er war eine Spieler Persönlichkeit. Das heißt, er hatte neben seinem fachlichen Können, neben seiner Athletik, neben seiner Technik und seinem taktischen Vermögen, hatte er natürlich Charaktereigenschaften, die jedem Spieler gut anstehen. Er hatte eine gewisse Aggressivität, er hatte Durchsetzungsvermögen, er war mental stark. Und er hatte auch eine soziale Kompetenz. Das heißt, er war in der Kommunikation stark mit den anderen. In der Zusammenfassung einfach eine Spielerpersönlichkeit, die tut natürlich jeder Mannschaft gut. Vor dem Anstoß noch ein gerahmtes Trikot und Blumen für die Gattin von SVW-Präsident Klaus Rüdiger-Geschwil. Dann wollen die Fotografen noch eine historisch wertvolle Aufnahme schießen. Und unter dem Beifall der Fans geht's dann endlich los. Das Promi-Team um Hanno Balic in Weiß mit durchaus engagiert vorgetragenen Angriffen, deren Schnelligkeit beim Zuschauer allerdings keine allzu großen Bedürfnisse nach einer Zeitlupe aufkommen lassen. Flanke, Thorsten Lieberknecht und Waldhofs Ziemannis klärt zur Ecke. Und da kommt dann doch etwas Tempo ins Spiel. Spielhereingabe Sascha Licht und da ist es Hanno Balic, der blitzschnell die Situation erkennt und sein Team beinahe schon in Führung bringt. Da herrscht dann doch ganz schnell wieder Bedarf an einer Zeitlupe. In der Defensive sorgt Per Mertesacker weltmeisterlich und wie gewohnt für Stabilität und klare Verhältnisse. Setzt dann gleich wieder Hanno Balic, wie zu Hannoveraner Zeiten gewohnt, in Marsch. Der spielt nochmal zurück. Mertesacker bedient Thorsten Lieberknecht. Und da droht dem SVB der erste Einschlag, aber Gärtner kann retten. Die Promis in Weiß setzen jetzt auf Goalgetter Stefan Kießling. Der Leverkusener spielt sie alle schwindelig. Dann soll Simon Rolfes richten, aber erst Sascha Licht verwertet den Abpraller in sehenswerter Manier. Vor 17 Jahren spielte er an der Seite von Balic beim SV Waldhof. Die Mannheimer ihrerseits durchaus auch offensiv. Gianluca Korte prüft Sven Hofmeister. Aber der Torwarttrainer von Mainz 05 ist unüberwindlich. Auch Mühlbauer und im Nachschuss dann Hebisch scheitern am Schlussmann der Balic-Elf. Und die reagiert ganz konzentriert. Mühlbauer legt quer, aber Balic passt auf, leitet einen Konter ein. Über Sascha Licht. Einen schnellen Konter. Geniales Abspiel zu Stefan Kießling. Und es steht 1 zu 0 für die Promi-Truppe. Hannos schnellem Umschaltspiel sei es gedankt. Und weil ein schneller Konter so viel Puste kostet, gibt es eine Extra-Pause. Petrus hat ein Einsehen und schickt ein sattes Gebitter. Nebst Hagelschlag. Zehn Minuten lang geht gar nichts mehr. Alles rennet, rettet, flüchtet. Stimmung wie beim Weltuntergang. Was hat ihn ausgezeichnet als Kumpel auf dem Platz, als Kumpel auch an der Theke? Sehr fordernd. Sehr fordernd erstmal. Es war etwas ganz Besonderes, weil er ein Typ, der immer motiviert war, der immer das letzte aus seinem Raum rausgeholt hat. Für mich auch was ganz Besonderes in jungen Jahren ganz wichtig zu zeigen, dass es eben mehr gibt als nur das nächste Training. Und da war immer einer der Vorreiter. Durchgang 2. Es wird Zeit für Balic. Mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Hereingabe Maik Hanke und Balic Volley in den Winkel. Simon Rolfes, der gerade am Spielfeldrand Wolfgang Grünwald, Rede und Antwort steht, übernimmt sofort die Moderation. Oh, jetzt macht er ein fantastisches Tor gerade. Kommentieren? Kommentieren einfach live. Ja, wunderbar zugelegt von Maik Hanke und dann Volley oder Dropkick in den Winkel, fast in den Winkel, aber ohne Chance für den Torhüter. Also 3 zu 0, wir machen das Spiel, jetzt ziehen wir Knaller durch. Das Ganze nochmal in Slowmotion. Da macht er sich selbst ein spektakuläres Abschiedsgeschenk an alter Wirkungsstätte. Die Verhältnisse weiter anspruchsvoll. Maik Hanke, der in Königsblau schon als Pokalsieger eine gute Figur gemacht hat, lässt auch hier bei der B-Note keine Wünsche offen. Und die Blau-Schwarzen wären nicht die Blau-Schwarzen, wenn sie keine Kampfmoral hätten. Und in der Folge bekommt ein Spieler, der hier zum Saisonende seinen Abschied genommen hat, auch noch die Chance auf ein kleines Abschiedsgeschenk. Mit der 7 Ali Ibrahimei mit dem 3 zu 2 Anschluss. Das Ganze fast im Alleingang. Jetzt wittert der SVB Morgenluft. Die Promi-Akteure schon etwas erschöpft. Und die jungen Nachwuchskräfte des SV Waldhof sehen ihre Stunde gekommen. Sinisa Spreczakowitsch mit dem 3 zu 3 Ausgleich. Der Coach der Promi-Elf nimmt's mit Humor. Uwe Rappolder mit einem Lachen. Aber der SV Waldhof drängt weiter. Mit Ibrahimei als Motor. Über Korte und Söckler hat den Siegtreffer auf dem Fuß, aber der Pfosten rettet. Man kann nicht sagen, dass sie nicht den vollen Einsatz bringen. Korte, Söckler, aber wieder nichts Zählbares. Die Balic-Elf sucht ebenfalls die Entscheidung. 70 Minuten sind gespielt. Kießling allein gegen Keeper Weiß. Aber Torhüter-Kollege Dennis Broll kann retten. 77. Minute die Entscheidung. Kießling auf Balic. Passgenaue Flanke. Und Daniel Stendl, genauso wie vorher Balic, Wolle in den Winkel. Das ist der Endstand. Ein Schlusspunkt wie ein Donnerschlag. Vorgelegt von Hanno Balic. Seine Elf siegt 4 zu 3. Und kurz vor dem Abpfiff wird es nochmal richtig emotional. Ja, mir bleibt einfach nur Danke zu sagen, für alle, die heute hier waren, die mich die ganzen Jahre begleitet haben. Die hat's angefangen. Ihr Ende zu heute, ich glaube, es ist eine rundum gelungene Geschichte. Vielen Dank für alle, die heute auf dem Platz da waren. Blau-schwarzen Trikot, weißen Trikot. Und alle, die heute hier waren. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Ich weiß es sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Es war schön. Ich glaube, war ein schöner Abschluss für Hanno. Viele hier. Gewonnen haben wir. Hanno hat ein Tor gemacht. Ein sehr schönes Tor sogar. Und ja, ich glaube, da hat er jetzt eine Freude von dem Spiel gehabt. Und jetzt werden wir noch den einen oder anderen trinken. Also alles nach Regieabsprache im Grunde? Sozusagen, ja. Wobei, ich weiß nicht, 3-0-Führung hatten wir ja zwischenzeitlich. Das war eigentlich, glaube ich, zu hoch. Unabhängig davon, Stefan, Kollege Per Mertesacker hat vorhin gesagt, er war auf dem Platz, ein toller Kumpel. Ja, und er hat auch mit ihm mal zusammen mit dem Hanno mal am Tresen die eine oder andere Strategiebesprechung gemacht. Gibt es aus eurer gemeinsamen Erfahrung vielleicht auch eine Geschichte, die so jugendfrei ist, dass man sie hier präsentieren kann? Ja, die ist eigentlich ähnlich wie bei Per. Wir haben schöne Zeit in Leverkusen zusammen gehabt. Und haben auch das eine oder andere Mal einen über den Durst getrunken. Und das gehört dazu. Es ist einfach eine schöne Zeit gewesen. Ja, ich glaube, es war ein schönes Erlebnis für Hanno in Besonderem. Ich glaube, es war jetzt eher ein Freundschaftskick. Das war ja auch klar, also sollte sich keiner verletzen oder irgendwas. Aber ich glaube, für unsere Mannschaft war es schön, auch mal gegen gestandene Profis zu spielen und auch gegen Ex-Profis. Weil Qualität hat man auf jeden Fall gesehen bei der Mannschaft, auch wenn der eine oder andere vielleicht ein paar Kilo mehr drauf hatte. Aber qualitativ, technisch und auch spielerisch hat man gesehen, dass sie schon noch eins drauf haben. Per Mertesacker, der erst vor zwei Wochen den F.E. Cup gewonnen hat. Also da war es schon ein Erlebnis für die Jungs. Gerade die Viererkette hinten von denen sind alle noch aktiv. Der Timmy Simmons, der noch bei Brücke in der Champions League gespielt hat. Der Katlec, der bei Sparta-Brag eben spielt. Also da in der Kabine in der Halbzeit haben die Jungs schon gesagt, oh, da merkt man schon, die haben hohe Qualität und sind auch noch fit. Da war es nicht so einfach durchzukommen. Aber ich glaube, es war ein schönes Erlebnis für den Hanno. Darum ging es. Hanno hat ein schönes Tor gemacht. Es war auch noch mal schön für ihn. Bevor es dann an den Tresen zur viel zitierten Strategie-Nachbesprechung geht, werden die üblichen Schreibarbeiten erledigt, apropos erledigt. Das war auch der ein oder andere Akteur. Erledigt, aber happy. Für den Hanno hat es mich wirklich unheimlich gefreut. Also da sitze ich in der Kabine neben dem Per Mertesacker. Wenn mir das vor einem halben Jahr gesagt hätte, also bist du ganz dicht drin. Entschuldigung, das ist also für mich auch ein Highlight meiner Karriere gewesen. Ich meine, das ist für mich auch so ein bisschen ein Abschluss. Es geht aber heute absolut nur um der Hanno, absoluter Sportsmann, was das betrifft. Und da merkt man auch, wenn ein Per Mertesacker in den Urlaub unterbricht und extra der hierher fliegt und morgen wieder dahin fliegt, dann sieht man, was der Hanno eigentlich im Fußball bewegt hat und geleistet hat bei seinem Verein. Und das ist für mich äußerst lobenswert. Wir schauen mal ganz kurz aufs Spiel. Du hast ein paar sehr schöne Bälle gespielt. Insgesamt war es für dich wie? Ja, ich war zufrieden meiner Leistung, muss man sagen. Also es sind natürlich von, sagen wir mal, 60, 70 Prozent der Bälle sind sie angekommen. 30, 40 Prozent dann eben nicht. Aber ich denke, das ist dem Alter ein bisschen geschuldet. Und auch im Endeffekt natürlich, ja, das sind junge, schnelle Kerle. Da muss man sagen, da muss man auch immer gucken, wie man im Ball spielt. Aber für mich, wie gesagt, ich war zufrieden. Natürlich als Stürmer oder Offensivspieler will man gerne ein Tor machen. Aber es war mir damals schon nicht wichtig und heute genauso nicht. Wie gesagt, es ging da um die Sache, um das Abschiedsspiel vom Hanno. Schade war, dass der Wettergott kurz vor Ende der ersten Halbzeit ein bisschen das Ganze unterbrochen hat. Dann die Bedingungen natürlich nicht ganz so einfach waren. Aber ich denke, insgesamt... Hat aber keinen von euch groß gestört, oder? Nö, also hat von uns keinen gestört, außer im Trainer Oberer Boulder. Der ist dann ein bisschen drin geblieben, weil es nicht nass war. Aber nee, Spaß war es heute. Also wie gesagt, war aber eine super Sache. Ich denke, wir werden den Abend heute noch genießen können. Im Hanno noch ein bisschen feiern. Das hat er absolut verdient. Das letzte Wort gebührt dem solcher Art Geehrten. So, Hanno, jetzt darfst du dein Gefühl in freien Lauf lassen. Wie war es? Anstrengend. Aber ich konnte es genießen. Es war viel Vorbereitungszeit vorher. Es war dann auch wichtig, dass es losgegangen ist, das Spiel endlich. Aber es hat nämlich viel Spaß gemacht, mit den Jungs zu spielen. Und ich konnte es wirklich genießen. Und die Regenunterbrechung kam zum richtigen Zeitpunkt, dass wir ein bisschen Luft schnappen konnten noch zwischendrin. Und ja, es hat großen Spaß gemacht. Und das war das Wichtigste. Hat aber niemanden wirklich gestört, das kleine Unwetter, oder? Nein, aber ich weiß ja, wie die Jungs ticken, die ich hier eingeladen habe. Das sind alles gewachsene Freundschaften. Die ticken alle so, dass sie sich von einem kleinen Wetter oder von einer Pfütze auf dem Platz nicht verrückt machen lassen. Und deswegen, ja, überhaupt kein Problem. Insgesamt viele Freunde von dir da. Wie war dieser Moment jetzt in der 87. und 88. Minute? Du bist vom Platz gegangen, deine Kinder sind zu dir gelaufen. War das jetzt nochmal ein besonderer Moment? War es da nochmal das alte Fußball-Feeling? Oder ist nach einem Jahr Abstand da schon zu viel Luft reingekommen? Nein, es war schon ein emotionaler Augenblick. Wenn dann die, so ein kleiner Generationswechsel, wenn dann die Kids kommen und dich vom Platz holen. Eine ganz, ganz, ganz tolle Geste. Und auch die Jungs, die mich dann verabschiedet haben und das Publikum das nochmal aufgestanden ist. Also das saugt man natürlich als Spieler auch auf. Aber ich glaube, es war für mich von der Emotionalität her auch gut, dass schon ein Jahr dazwischen gelegen ist. Sonst hätte ich, glaube ich, da noch mit mir kämpfen müssen. Von daher konnte ich auch das wirklich genießen. Was bringt jetzt der restliche Verlauf des Abends noch? Ja, jetzt genießen wir die dritte Halbzeit. Ja, wir feiern natürlich jetzt noch ein bisschen und bleiben zusammen. Es wird nicht ausschreifend sein, aber wir sitzen gemütlich zusammen. Wir haben schönes Essen und wir erzählen uns alte Geschichten und genießen es Zusammensein. Weil in der Formation kommen wir natürlich auch sehr, sehr selten zusammen. Und das ist dann auch was ganz Besonderes.